Wollen wir das nicht mit dem Schalldämpfer machen? Ja, da brauchen wir einen Job, der ist hier drüben gleich. Gehen wir durchs Kreuzfahrt-Terminal, da sind sehr viele Feinder. Ich ziehe mich erstmal vorne weg, da hinten sind schon Wege. Da ist eine Festung, da kommen wir gar nicht rein. Das ist ein Feind-Internet. Ich kriege ihn! Wo kommt meine Hand? Ja, ja. Oh, das ist hier unabhängig. Okay. Da kommt irgendwas an übers Wasser. Da hat der Kontakt-Phone. Welche Kontakt-Phone ist der Kontakt-Phone? Herr Operator. Ja. Die fahren aber weiter. Die fahren weiter. Lichtig? Ja. Okay, hier vorne ist eine Kiste. Haben wir hier Geld? Wir kommen mal hier in das Gebäude rein, wo ich bin. Bei deiner Position. Bleib wachsam. Ist du hier? Ich muss erst mal wissen, wo du lang wolltest. Ich bin hier drüben. Ist schon oben drin. Alles klar, da komme ich. Ich komme, ich komme, ich komme. Geld sammeln. Gehen wir hoch. 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 Dann bin ich auf dem Dach, wa? Ich bin gerade auf dem Dach. Am Rucksack. Klein. Ja, wir müssen. Geld hast du. Okay, Shop. Shop ist vor uns. Lass uns mal in die Richtung gehen oder laufen, dass du deinen Schalldämpfer kriegst. Er ist hier unten drin. Geh du, geh du an den Shop ran. Alle schießen. Operator in meiner Nähe. Kontakt! Gut, ich habe meins geschafft. Kommt zu mir wieder. Ich habe auch meins. Seil dich hoch. Am besten oder kommen die leider hoch hier. Unterwegs. Hier ist unten drin, weil da gerade ein Jeep vorfuhr. Deswegen. Ich komme die Treppe wieder hoch. Ja, ich bin noch im anderen Gebäude. Ach, das stimmt ja. Du bist auf dem anderen Gebäude. Geiselrettung. Ist ganz da oben einer. Geiselauftrag markiert. Wir könnten drüben von deinem Gebäude abspringen. Wir könnten uns in Richtung Jetski bewegen. Ja, so machen wir das. Ich komme rüber zu dir. Ja. Aber Operator in der Nähe. Ich komme hoch. Ich komme hoch. Ich komme hoch. Wir müssen dann mit dem Schirm abspringen. Richtig. Da vorne ist der Koffer. Wo? Wo ist der Koffer? Ist der doch auf der Map da vorne her. Jetzt kommt er dem Fluss hoch. Auf uns zu. Ja. Deswegen bleib erst mal, bleib erst mal, bleib erst mal bitte. Dann springen wir ab mit dem Fallschirm und segeln da hoch zu dem Jetski. Fahrzeug markiert. Okay. Habe ich so drauf? Ja, ja. Zum Jetski und dann fahren wir hoch Richtung Noten. Oh Gott. Du reproduziert einen merkwollten Waffenkoffer. Nach eigenem Ermessen abfahren. Unter 1 nur wenig feindliche Bedrohung in dem Gebiet. So bin ich dann näher. weiter rennen weiter rennen weiter rennen bis zum tschetzky ne 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 bis zum tschetzky rennen mit dem tschetzky fahren wir hoch richtung noten zur geiselbefreiung hinter uns guck du noch hinten ist klar was war das denn für klitsch keine ahnung kannst du mit dem tschetzky rennen ordentlich fahren davon ist die geisel rettung geh raus ja komm mit komm mit komm mit häng dich hinten dran ok in das haus dort bin down bin down weiter gehen weiter gehen weiter gehen und kommen kommt kommt und hier dass mich bei der ersten runde zerlegt abspringen über den hoch aufs dach vorsicht innenhof andere seite wir sind noch nicht da wir müssen hier hoch wir gehen hier die treppen hoch und sichere sie alle anderen personen sind als feindlich eingestuft was liegt das gerade ich weiß was ist das denn in dem da drüben warte mal ja wir gehen hier das ist hier wo wir es doch da die tür ist zu da drüben ja da müssen wir ja rein das ist ja ohne auftrag ich mal auf kommt geht die treppe runter ohne wester wenigstens der zweite wester geht die geht dann schon auf die tür ich muss immer noch ein bisschen krimskrams in meinen rucksack stecken ja weil vollen rucksack du weißt hier ist was drin immer das mit ich sehe mir das an hier ist das gebäude neben uns wir gehen wieder zurück also da drin ist jetzt richtig gut feind ne nachladen ja ich habe nochmal munition her die granaten und so ich habe eine blendgranate rein und dann feuerst du okay warte okay hoch ich habe die geiße entschärft kümmert dich um feind ich kann nicht glauben das hier vorbei ist ultra 1 sprengstoff entschärft okay wir ich habe so der heli kommt gegenüber auf die straße ich gehe hier um ist feind kümmert dich um feind ja ich komme ich komme ich komme nimmst du die geisel wir müssen zum heli runter, 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 komm runter warte, 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 nicht so weit vor nicht raus, nicht raus warte, 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 platten rein so ja, platte rein äh, wie überleg dich nochmal die geisel abc, wa okay, licht hin, wir müssen los komm mit warte, ich muss immer die geisel, äh, platten hier reinstecken komm mit komm mit, komm mit, komm mit komm mit, komm mit, komm mit aua ja, weiter, weiter, über die Brücke, über die Brücke, über die Brücke Richtung heli sehr schön komm rein, komm rein, bis drin sehr schön haben wir gut gemacht okay und abgeschlossen festung hätten wir eine da oben guck mal, jetzt werden, ach so, das sind die ex-fields, zeige ich mir wir haben ich habe eine Schlüsselkarte dabei gehabt äh, gehabt ja, die habe ich dabei, sowas wir haben hier einen Drohnturm, dann machen wir den erstmal an dann fahren wir runter wo ist der nächste, sollen zwei Stück gleichzeitig an sein ja, das schaffen wir, das schaffen wir da fahren wir mit gehen wir da rüber zu dem Fahrzeug, ich hole das mal mach du den Drohnturm an, ich hole das Fahrzeug ultra-1, es gibt offenbar nicht viele Feinde in deiner Nähe ultra-1, es gibt offenbar nicht viele Feinde in deiner Nähe ultra-1, Drohne ist in Position Alter, hier ist ja wirklich Halligalli. Grün wollen schon welche raus sein. Da muss noch ein anderes Operator-Team in der Nähe sein. Ja, wir fahren runter, wir gehen runter. Ah, jetzt ist der Drohenturm an, da unten. Ist egal, da fahren wir... Grabjahr. Okay, komm. Operator-Grupp in der Nähe. Gut. Unser 1, steigerte Aktivität im Gebiet. Haltet die Augen auf. Hier rein. Gut. Feinde sind hier. Feinde sind hier. Feinde sind hier verflussend. 3 Silberflüge bei eurer Wunderschöne. Ultra-1, feindlicher Bombenzünder im Gebiet gemeldet. Aufführen und sichern. Wie komme ich denn da hin zu dem blöden Drohenturm? Oh, mal doch. Mal schauen wie ich die... Alter, wir haben ja schon mal hier mit der Pländer durch die geht. Operator in der Nähe. Zünder gesichert und gedrohten Autoscheißert. Gute Arbeit. Oh, ich bin dauernd. ULTRA 1, Drei Stoff, die Schilderung. Ach, ich bin down. Ich kann mich wieder überleben, bleib wo du bist. ULTRA 1, die zweite Karte sind ausgeschlossen, dass Geld geht. Ich werde beschossen! Rumpenzünder-Impfgebiet. Den hab ich. Hast du den? Ja. Okay, richtig. Deinen Summer jetzt, richtig? Äh, das haben wir mit den zwei Drohnen geschafft. Jetzt müssen wir noch eine Festung knacken, wenn du möchtest. Oder hast du noch was du jetzt machen möchtest? Ich glaub wir sollten zu einem Exfil. Meinst du? Ja, 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 ja. Es ist der da oben. Da steht unser Fahrzeug. Und go! Äh, da ist ne... Warte mal! Ja. Hier kommt grade ne, äh, 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 Dingsweiler. Ja, geh ran, geh ran, geh ran. Da wird aber noch. Nicht dem Fahrzeug nähern? Achso, Bullfrog. Nicht daran, nicht daran, Bullfrog. Das ist die erste und letzte Warnung. Nicht dem, das war ein P. Werfen! Die ist über uns als Auto gefahren. Ja. Die Drohne kehrt zur Basis zurück. Auf Abstand bleiben, sonst startet der Beschoss. Entschuldigung. Wie jetzt? Ja, weil das Ding noch nicht unten ist und ich ja gesagt hatte... Ja, du bist schuld. Quasi. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Der kommt ja schon wieder zurück, pass auf, der kommt zurück hinter dir. Ja, ja, der fällt vorbei. Was ist das jetzt? Ja, Habs, Operator in der Nähe. Hey, über den Zaun. Komm, 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 weg hier. Gehen Richtung Norden. Ja. Auch in den Fluss reinspringen. Erstmal Fluss aufwärts schwimmen. Tauchen. Ultra 1, mittlere Feindgefahr im Einsatzgebiet. Beide Tauchen. Oh, hier liegt ein Fahrrad. Okay. Erstmal Luft holen. Okay, hier vorne ist ein Schlauchboot. Schnappen wir uns. Okay. Geht du nach links? Ich geh nach rechts. Oder andersrum. Ultra 1, hier Dino 4. Wir kommen jetzt zur Landeszone. Oah, wir kommen hin. Den habe ich über 5 Meter erschossen. Verge! 0 zu 1, da kommt feindliche Verstärkung. Okay, Licht, ich komm. Das ist noch nicht unser Eli. Ich bin ein Heli, hier drin. Goldwalz. Ach, aus 5 Meter Entfernung. Ich hab die über 5 Meter gerade erschossen. Ja, und das hat gezählt. Also muss nicht unter 5 Meter sein. Nein, Schwachsinn. Aus 5 Meter Entfernung. Ja, klar. Dutz 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Oh, das ist aber ein guter Ausgang, das ging ja sofort raus. Weil? Nein, ich meine, der war ja sofort am Ausgang. Das meine ich. Oh, das ist schon ein Mal. Wo ist denn? Nein, ich meine, der war ja fast was! Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020